Los geht's. Hallo liebe Freunde, wir sind's wieder bei Dragon's Prophet. Yeah. So. Letztes Mal ist ja pünktlich zum Ende abgekackt. Dragon's Prophet abgeschmiert, was übrigens immer noch nicht sehr optimal ist an dem Spiel, wo wir gerade eben bei Neuerungen waren. Genau. So. Ich hätte mir echt zu Garneval ein bisschen Kostüm-Action gewünscht, muss ich sagen. Ja, aber weißt du, wie viel Aufwand das ist, wenn die zu jedem Fest oder sowas irgendwie was neu machen müssen? Also zu Weihnachten wird hoffentlich was kommen. Also, ne, starf doch schwer bitten. Ja, mal schauen. Zu Weihnachten kaufe ich mir dann das Weihnachtsbankkostüm und dann gibt's auch ein Weihnachtsspecial von uns und dann... Ach ja. Wenn ihr euch fragt, was Rai hier macht, der sucht immer noch die Blume. Ja, wahrscheinlich gibt's sie gar nicht. Doch. Ich glaub, ah, ich wollte hinterherlaufen, dann bist du so zurückgeportet worden. Oh, cool. Tibanda ist offline. Hat sich ausgelockt. Ja, ich weiß. Wir haben relativ viele Freunde, die, äh... Oh, fast wäre ich runtergefallen. Ich seh das auch mit Tibanda übrigens. Ja, ist klar. Hallo, danke. So, hier kann man glaube ich nicht mehr hoch. Ich bin Level 41. Oh, wie süß. Warte mal, ich frag mal zurück. Soll ich dir helfen mit Level 63? Mach mal. Du bist böse. Ach du Scheiße, ey. Ich glaub, wir müssen auf die andere Seite noch einen Balkon machen, damit es symmetrisch ist. Wir müssen einfach nur noch einen Teppich kaufen. Äh. So, hab's ihm geschrieben. Soll ich dir helfen mit Level 63? Wahrscheinlich wollte er genau das wissen. So, ich bin jetzt hier, wo unser altes Haus stand, oben drauf. Bist du einfach draufgesprungen? Ja. Geil. Okay, aus deiner Begeisterung schließe ich, dass es hier oben nicht ist. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ja, jetzt weiß du es. Ist einfach so. Ah, stopp, stopp. Das ist auch nie Problem. Ich hoffe, aber er hat jetzt nichts gehört. Warum? Weil wenn ich YouTube auf meinem Handy offen hab und dann sagen wir, einfach auf Tastensperre gehe, dann spielt's noch irgendwann einfach weiter. Ach cool. Hallo Giba. Er hat übrigens Ne zurückgeschrieben. Oh, schade. Braucht keine Hilfe. Oh Mann, ich bin so blöd, diese Treppe hochzulaufen. Du bist zu blöd, die Blume zu finden. Das ist auch richtig. Du bist sogar schon vorbeigelaufen durch die Wurt. Was? Ich hab gedacht, das ist viel zu leicht zu finden. Ich, dä, dä, häh? Hab ich sie irgendwie hier hintergestellt oder so? Verarsch mich jetzt. Oh. Oh, okay. Gefunden, gefunden Ja, nice Okay Warte, jetzt bin ich dran Jetzt musst du hier irgendwie Dich in irgendeine Ecke stellen Auf den Boden schauen Und ich verstehe sie Nein, ich gehe kurz raus, wenn du willst Okay, mach das Dein Freyari läuft übrigens unter der Treppe lang Was? Während du hochgelaufen bist Oh, ja, stimmt Idee, warte mal Was? Kann man das hier nicht dekorieren? Achso, man kann das hier gar nicht dekorieren, das Apartment Was, welches Apartment? Achso, nee Wie unnötig ist das? Nein, das ist ja der Witz der Sache Eigentlich wäre da kein Kristall da, wo der Kristall ist Das Apartment ist also nur fürs Geheimapartment da? Nein, nein Da ist eigentlich, wo dieser Kristall ist Dieser kleine Raum mit dem Kristall drin Ach, da ist der Raum eigentlich, wo man das gebaut hat Da ist eigentlich das Apartment Ah Das ist übrigens ein Turm Wenn immer so Ja, du kannst unter den Kristall gucken Dann siehst du Zahnräder und über dem ist einfach nichts Ja Ist voll toll Doch, ist ein hoher Turm mit rundem Dach oben Wir befinden, da ist schöne Natur draußen Wir befinden uns im zweiten Stockwerk eines Hauses So Ich bin rausgefallen Was? Durch die Wand geglitscht Jetzt bin ich im Ladescreen Lol Okay, jetzt bin ich wieder draußen Jetzt kann ich wieder zu Al Darren Besuchen Wohnung betreten Ihr betreten Ihr betreten das Haus von GB Islet So, hast du es bald? Ja, ich bin schon fertig Das wirst du niemals finden Sag doch was Ich bin Türsteher Ist es erlaubt, im Haus zu verstecken? Nee, nee, nicht im Haus Das Haus ist ja billig Oh Warum habe ich das Gefühl, dass du es irgendwo in den Rand gestellt hast Und das ist dann Okay Alles klar Scheiße Mann Das ist die Scheiße, wenn man sich kennt Man weiß man genau, wo der andere es verstecken würde Ich habe gerade auch Ich zähle das als Ich bin abgestürzt Ich wollte gerade eigentlich sagen Ich habe gerade noch eine gute Idee, wo man was verstecken kann Ja, alles klar Man hat es gehört Nee, nee, nicht dort Es war eigentlich nur so Ich habe hier runtergeguckt Und bin etwas zu weit gelaufen Oh, scheiße war es, ne? Ja, ne? Shit happens So, das locken wir mal Das locken wir mal Das platzieren wir mal Hey Kaufe Dias, bitte bei mir melden Ach, meldet sich immer noch niemand Oh Hast du wahrscheinlich an einem Baum gepflanzt oder sowas Ich heiße nicht, Raven Ich bin die Leute Ich habe aber voll die gute Idee Wenn ich es nochmal verstecken darf Dann Du wirst es nie finden Scheiße Okay, ich gebe dir einen Tipp Höhe macht Mühe Auf dem Dach oder was? Da kommt man gar nicht hin Ja, das ist ja das Problem Wie war der Tipp? Scheiße, Höhe macht Mühe Alter, wer denkt sich so ein Scheiß aus? Das frage ich mich auch manchmal Aua, mir tut der Rücken weh Ah, geil Oh, ich habe ja eben in der Vorbereitung auf die Folge Hops Was? Hops Scheiße Jetzt hat er es gefunden Kacke Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es an so einer Position ist Sorry, aber Ah, ja Geil Kannst du mal kurz nochmal rausgehen? Ich habe ein gutes Versteck Ja, wenn es dich abstürzt, gerne Hm, Hust Wey Blob Bats 511 Schaden Was ist echt? Cute Wahrscheinlich versteckt es jetzt auf dem Diamanten oder so Ich komme rein und drehe mich erstmal gar nicht um Ganz sicher auf dem Diamanten Unter dem Diamanten In den Diamanten Nee, äh, ich bin zum Banker Und habe mir so meine Bank angeguckt Und denke mir so Ach du Scheiße Mach das Fenster zu Geh einmal um diese Absperrung rum Geh zum nächsten Banker Geh nochmal hin und denk Der hat was anderes Das war so dumm Ja, schlau war es nicht Ja, das war nicht schlau Du sagst, wenn ich wieder darf Ja, dauert es noch Da unten sind die Zahnräder Und da oben ist der Himmel Püppel Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, das Versteck Darf ich? Nein Das ist, wenn wir im Versteck spielen so lustig Darf ich? Nein, darf ich? Nein Darf ich? Nein Ich muss, ich besuche dich mal kurz Ich muss gerade nochmals anfangen Oh mein Gott Ich habe es nicht überlebt Okay, ich weiß, dass es tief ist Ach ja, hast du gestern Bambi geguckt? Also die Bambi-Verleihung meine ich Achso Ne, habe ich nicht Ich habe sie kurz geguckt Ähm, ja, gut Ähm, und zwar Auch der Auftritt von Olaf Schubert Aua, den fand ich ja böse Keine Ahnung, wer ist das? Der ging irgendwie Der war scheiße Sorry, aber wer ist das? Du kennst Olaf Schubert nicht? Was macht der? Äh, Comedian Schauspieler? Comedian Übers Hitler-Mutter Keine Ahnung Das war relativ Krass Ich fand es gut, dass der andere dann gewonnen hat Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß Oh, ich habe ein E-Mail bekommen Okay Bei mir ist Brad Ich hoffe, er wird gerade abgeschmiert Nice Oder? Ähm, weiß ich nicht Bin ich schon ausgelockt? Nö, noch nicht Oder nicht? Ich habe nämlich einfach gerade ein mega langes Standbild Und kann nichts machen Cool Unsubscribed Na, endlich Boah, ich muss mich echt mal von diesen ganzen Newslettern abmelden Das ist schlimm Du meldest dich einmal irgendwo an Ja, ist dein Newsletter täglich Die ist nicht für so Newsletter und sowas Ja, habe ich jetzt auch gemacht Ist einfach so Rider2097 at gmail.com Also wer mir jetzt eine E-Mail schreiben will Bitteschön, gerne Das ist jetzt offiziell Die Rider E-Mail-Adresse Also, du kannst übrigens schon suchen beginnen Ich bin zwar ausgelockt, aber Okay Ich habe es versteckt Geh ich mal rein Du findest es nie Und abgestürzt Nein Was? Okay Aber er lädt noch mal die ganzen Häuser und so Du findest es nie Du findest es nie Oh fuck Oh fuck Ist halt so Nein Don't stürz ab Ich habe es geschafft Du müsstest eigentlich mal während dem abstürzen Das da irgendwo an die Wand kleben Das findest du nie wieder Doch, du kannst es einfach so wiederholen Stimmt Aber trotzdem Das findest du nie, sagen wir es so Das ist auch richtig Was ich gemacht habe Findest du auch nie Und das geile ist Ich bin ja jetzt wieder raus Teleportiert Das heißt Ich komme wieder Zurück Ähm Das war ein Tipp Scheiße Alter Im Weltenchat Wer hat Skype? Äh, ich Schreib mal ich zurück Soll ich ein Säuver-Megafon verschwenden? Nö Ich habe 26 oder so Lol Dann verschwennst nicht Du kleiner Schwengel Haha Entschuldigung So Ich bin wieder Haus von GP Island Und Skype Apartment Wieder runtergefallen Ich bin da Wo bist du? Wieder draußen Cool, ich gebe mal meinen Namen an Toll Lauf bei dir Ja Ne, schreibt der Typ Der Skype-Name Chrissi Baron Also Gesamte Community Alle 125 Leute Unten links im Chat Chrissi Baron Eden Und alle mal anrufen Spam Time Ich habe gerade eben auch überlegt Ob ich irgendwie So einen coolen Skype-Namen nehmen soll Was machst du? Bist gerade wieder so zurückgeleckt Ja, ich suche immer noch dein Ding Äh, Gott war der scheiße Ja, aber richtig Oh, letztens in Bio wurde gefragt Hat jemand ein 30 cm langes Lineal? Oh ja Aber ich glaube Nach 5 Minuten müssen wir die Suche abbrechen Weil es einfach zu schwer ist Das findest du nicht Wahrscheinlich ist es unter die Treppe gekleistert Oder so Ne, ne Das ist zu sichtbar Wie da so rein Dachte ich jetzt Ne Mit? Ne Äh, toll Such mich mal Slash Lebe in Köln Das ist schön, dass du da wohnst XD Und das Niveau sinkt weiter Und was sinkt das Niveau? Schalalala Das ist schön, dass du da wohnst Und das Niveau sinkt weiter Nicht im Haus, ne? Und es ist immer noch in den Tiefen versteckt Also In tiefen Röhren und Ritzen Oh fuck Ich bin wieder tot Also, wir sind eindeutig Profis Na klar Was habt ihr erwartet? Boah, unter jedem Video Wo einfach mal Oh, ich glaube jetzt bin ich raus Ja, ich bin ganz raus Also aus dem, aus dem Apartment Ähm Unter jedem Video, wo irgendjemand was cooles macht Steht einfach mal so I can do that Hold my beer Ahaha Ahahaha Ahahaha Ah, Schenkelklopferwitz Ich bin grad wohin gefallen, wo ich nicht mehr hochkomme Brücke an MS Niveau Wir sinken Freitod Freitod Freitod, Freitod Äh Moment Ist das irgendwie rassistisch? Hä? Keine Ahnung Hä, hatten wir es nicht irgend von Negern? In der Vorbereitung für die Aufnahme Was? Hast du das denn irgendwie nicht Der gesagt hat, du hast zwei Schwarze? Ah, das war so ein Witz in der Schule Achso Hat eine gemeint, sie hätten dicken Schwarzen Hat sie unabsichtlich gesagt Achso, da war der Edding gemeint, ne? Und hat dabei ein Edding gemeint Ah, ja, 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 den hab ich auch mitgekriegt Ja, genau Habt auch so meine Connections Also nicht zu den dicken Schwarzen Du bist grad gestorben Ja, ich bin da runtergesprungen und dann einfach mal rausgerannt So Gib mir mal einen Tipp Okay, dass es tief ist, das weiß ich schon Es ist immer noch tief Und ich renne erstmal nach oben Du bist in der komplett falschen Richtung Sagen wir es so Cool zu wissen Ja, ne? Dum, dum, dum Gott Oh, hab ich den Witz eigentlich schon erzählt? Ne, der kam von dir, ne? Was, äh, wie hört sich das an, wenn drei Elefanten von der Klippe springen? Den hab ich doch erzählt Im Video, oder? Ja, ne? Hast du Ja? Ich muss grad überlegen, weil ich dachte grad an den Du, du, tss Für die, die es nicht wissen Hier kommt der Witz Guckt euch das Video an Nein, du erzählst dir nochmal Erzähl dir nochmal Nein Ich zwinge dich jetzt dazu Oder ich spamm dich mit Duellen zu Und ich versteck ein Item so hart, dass du es niemals hinten wirst Tja, da hab ich schon gewonnen Weil ich schon eins versteckt hab, dass du es niemals finden wirst Moment, hast du überhaupt die Blume versteckt? Ja, klar Achso, okay, immerhin Alter Soll ich's auflösen, oder? Nein, kurz haben wir noch Okay, sagen wir's doch, du bist ganz nah dran Ähm Ähm Bin ich verwirrt? Ja Du bist ganz nah dran Näher ran kommst du nicht Du meinst an die Klippe? Soll ich hier mal runterspringen? Wahrscheinlich hast du genau das gemacht Was ich Immer Machen wollte Beim Runterspringen Ich weiß, dass wir von hier nicht mehr hochkommen Also Ja, ich auch Alter, wo soll das denn sein? Du hast es nicht gesehen Was? Wie geil Äh Ich bin, ich bin gerade ohne Witzgrenzen los verwirrt Ich will gerne Mess mal Ich will ein Portal da wieder hochbauen So, ich lass mich mal sterben Warum? Weil ich kann's von dir aus sehen, du Idiot Was? Ich seh das nicht Ich bin zum Glück dafür Soll ich ein bisschen offensichtlicher machen? Nein, lass es liegen Lass es liegen Ich weiß nämlich nicht, ob du das von deiner überhaupt sehen kannst Also ich kann's sehen Machst du first person? Nö Okay Ich bin grenzenlos verwirrt Alter Ohne Witz Mit Witz Übrigens, wenn jemand sagt ohne Witz, müsst ihr immer mit Mitwitz antworten Ja, genau Müsst ihr immer mit Mitwitz antworten Mit Mitwitz Mit Mitwitz Er ist wieder da Ja, ich steh hier sogar Komm mal hier rüber Wo rüber? So, komm hier rüber Siehst du es jetzt? Oh, nö Wahrscheinlich haben die Zuhörer es schon längst gesehen und ich hab's nicht gebliebt Alter, das klebt da Alter Scheiße Hättest du nie allein gefunden Ach ja, willkommen in Dragon's Prophet Da kann man so viel Scheiße wahren Warte, komm, wir müssen gleichzeitig runterspringen, oder? Okay Haben wir grad noch ne Bank? Nee Sprungbrett Nee, ich hab Doch, doch Doch Warte Warte, ich hab ne bessere Idee Ich auch Ich glaub, wir haben so gar die gleiche Idee Du Arsch Wir hatten die gleiche Idee Hau rein Ich muss nur ein bisschen vorschieben Ihr mach Ich mach meinen elektronischen Abgang So Let's go over the planke Drei, zwei, eins Ich komm nicht drauf Und Ich lebe doch, ich lebe Ich lebe, ich lebe Oh, tot So, und dann war's das schon wieder Wir haben es geschafft Wir sind erfolgreich gestorben Success Du murst Sehr gut Dann haben wir jetzt Verstecken gespielt Ja Auch ein lustiges Spiel für zwischendurch Das könnt ihr auch mal ausprobieren Genau, wenn euch mal langweilig ist Ich weiß, was wir als nächstes machen Wir kaufen ganz viele Irgendwie hohe Sachen Also so Abtrennung Hohe Abtrennung oder Schränke und bauen ein riesiges Labyrinth Ja man Das wird zwar stufend Arbeit Aber egal Das machen wir Und dann laden wir sämtliche Leute ein, oder was? Genau Und am Ende gibt's ein Stück Käsekuchen Es wird mich mal interessieren Bei unserer Schule ist es so Sitte Wenn man irgendwie Du hast hier noch mehr von diesen Brause-Dingern hingemacht Also So, ja, hab ich Wenn's Handy klingelt Oder wenn man irgendwie die ganze Zeit spört oder sowas Aber nicht bei allen Lehrern Nicht bei allen Lehrern Muss man Kuchen mitbringen Das Problem ist, die meisten bringen dann so schlechte Kuchen mit Dass gesagt wird Okay, du bringst jetzt nächstes Mal Gummibärchen mit Genau, das war nämlich bei uns auch so Der hat immer gekippelt Unsere Lehrerin meint einfach nur Wenn du noch einmal kippelst Die letzte Verwarnung Dann bringst du Kuchen mit Ja Der Nächsten Während der Klausur Fängt er an zu kippeln Sie merkt's Und Au Der Kuchen war dann halt Fertigkuchen Ja, okay Hauptsache es ist Kuchen Nö Ich mag selbstgebackenen Kuchen Und das war Käsekuchen Deswegen bin ich eben auch Käsekuchen Also, das nächste Mal, wenn der Raven trifft Nur selbstgebackenen Kuchen Gebackenen Kuchen mitbringen, ja? Ich auch dafür Sonst hackt sie aber grad mal So Also Wollte ich nochmal gefragt haben Schreibt's mal in die Kommis Wenn ihr Ob das bei euch auch so ist Würde mich interessieren Ja, stimmt Ja Und damit haben wir es für diese Folge Und wir begrüßen euch dann Zur nächsten Ich bin fast hier über die Balustrade gesprungen Nein, 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 nein Ich glaub, er ist runtergefallen und gestorben gestorben Ich bin über die Balustrade gesprungen Idiot Wir begrüßen euch in der nächsten Folge wieder Und wir machen wieder was Produktives würde ich sagen, oder? Ja, so Story oder sowas Story oder Keine Ahnung, irgendwas Oder wir suchen uns ein neues Minispiel Genau, wir denken uns Irgendwas Neues aus Alles klar, haut raus Wir sehen uns Ciao Ciao Nicht gut Outro